...vorausgesehen haben, auch in ihrer malerischen Gestaltung. Und wenn Sie sehen, also keiner von uns wieder glaubt, dass das Regulärer amerikanische Soldaten sind. Sondern das sind ungefähr für Fußpiraten in Mississippi. Auf dieses Modell gebaut, dieser Brusttyp, hat dann ein besonderer Adjekt, ein Passerstrahl. Es war längst in Schiffsrichtung, war eine Ruhe, wenn man keine Ruhe war, eingetraut, durch die Wasser in den Rest zu gehen. Und wenn er denn wegen dieser Höhe so viel wird, und durch den Luft, der liegt draußen noch, wird die Geschwindigkeit erzeugt. Wenn er den anderen ein bisschen auf der Einzelbrüche Platz lässt, dann kann er Ihnen einmal hier auf dieser Seite zeigen, die Windrichtung, wie er per die Kraft ausfindet. Du solltest es auf die Flursträgerweise sehen, was man doch für eine Geschwindigkeit der Lande natürlich ordentlich will. Das hat aber nur damit zu tun, dass er hier nicht in seine Gleitgeschwindigkeit braucht. Danach werden die Welten klein. Nachdem dieser ganzen Abflug schiebt die Christenjag einen Ruder an. Ungescheuert, wenn er sich eine Klappe entnimmt, wie das der Eintrachtungsleicht gibt, beim Flugzeug in den Schubbekehr, wird praktisch die Güte gelegt, überlappt einer Blechhaube, der Luftstrahl nach vorne abgedeckt wird. Genauso ist das hier, beim Wasserstrahl, wenn er stoppen will, wenn er rückwärts fährt, bleibt er durch eine Zugbekehrklappe, der Wasserstrahl nach vorne bleibt so stehen. Links und rechts wird durch eine Umregung oder eine Umregung des Wasserstrahls erzeugt. Wenn da keine ganzen Geschichten ist, wenn der Wasserstrahl auf oder der Untergang steht, dann haben die Gegner absolut keine Steuerlehrung mehr. Die Tümpel dann, die von der Uppel einflüssig ausgesetzt, durch die Gegend. Man kann also nicht mehr gezielt irgendwo anlegen oder sonst was. Man ist auch auf Wind oder auf Strömungen angewiesen, um dann eventuell noch mal an Land zu kommen. Damit er die Uppel schießen muss, weil er die Raumbedarung etwas stufend wäre, hat er natürlich vorne, vor allem voraussetzlichen Darstellungen, eine Wasserpuppe eingebaut, die auch eine Wasserstrahl, also eine direkte Wachwaffe darstellen soll. Wir haben da noch ein 2. Ja.